Liebe Freunde, hier ist euer Steinball mit einem kleinen Programm-Update-Video. Anlass ist eine Woche Urlaub, die ich mir gönne. Ich kauhe auch ziemlich auf dem Zahnfleisch, bin seit drei Wochen so immer renitent, ein bisschen erkältet. Ihr hört das sicher an den Videos und hoffe, dass ich mich mal so richtig ausruhen und auskurieren kann und dementsprechend in alte Frische zurückkehren kann danach. Das bedeutet aber auch, um überhaupt einen Herodungseffekt zu haben, dass ich nicht jetzt diese komplette Woche irgendwie nochmal doppelt geschrubbt und vorgearbeitet habe. Und das wiederum heißt, es gibt ein reduziertes Kanalprogramm. Ich habe es hier auch auf der Internetseite im Banner schon mal gekennzeichnet, so vom 3. Mai bis 9. Mai. Darüber will ich euch kurz im Detail was sagen und es geht aber auch nochmal einen Blick in die Zukunft. Dazu kommen wir gleich. Als erstes, für die, die es nicht wissen, hier gibt es so einen kleinen, sehr praktischen Link zum Programmkalender. Den findet ihr auch in allen Videobeschreibungen, aber eben auch hier. Und im Programmkalender pflege ich immer den Programmplan, immer so die nächsten ein bis zwei Wochen. Und da sehen wir, als erstes, 1.2.3. Mai, an diesen drei Tagen, wird Kingdom Come Deliverance mal unterbrochen werden. Danach geht es aber am 4. Mai kontinuierlich weiter. Das ist also der Teil, den ich gewissermaßen vorgearbeitet habe. Die tägliche Dosis Kingdom Come zumindest ab dem 4. wieder gesichert. So, dann läuft noch Europa Universalis bis 1. Mai, Thrones of Britannia, erstmal bis Donnerstag. Dann machen wir eine Pause, aber es geht weiter, das kann ich jetzt schon sagen. Allerdings habe ich für Donnerstag noch so ein kleines, anlässlich des Releases, noch so ein kleines Zwischenfazit-Video vorbereitet, um mal meine ersten Einschätzungen zusammenzufassen. So, und dann kommt sozusagen die Woche, wo dann nicht das übliche Programm läuft, wo dann einzig Kingdom Come immer 9 Uhr läuft. Und dann beginnt es wieder normal am 10.11. Mai mit Stellaris und am 11. mit Thrones of Britannia. Alles andere verschiebt sich dann so ein bisschen, ordnet sich neu ein. Diese Woche habe ich hier noch nicht weiter geplant, deswegen findet ihr erstmal nur die Sachen hier ab dem 10.11. Okay, ich bitte darum, euer Verständnis, werde es sicher haben, wie ich euch kenne. Aber es gibt noch eine weitere wichtige Information, die ich loswerden möchte. Da geht es um Steinballens Herrenabend und meinen Livestream. Da hatten wir beim letzten Livestream auch so ein bisschen philosophiert, wann es weitergehen wird. Der fällt erstmal natürlich aus jetzt am Freitag, wäre er ja normal dran gewesen, aber urlaubsbedingt fällt er aus. So, das heißt, planmäßig wäre er normalerweise wieder am 18. dann dran. Aber ihr seht es hier schon, ich habe es eingetragen, am 18. Mai ist die PDXCon in Stockholm. Also kann auch der dort nicht stattfinden. Ich reise selbst schon am Donnerstag an, das heißt, ich bin von Donnerstag bis Sonntag da unterwegs. Ich freue mich schon wahnsinnig, weil, Leute, wir werden dort zwei neue Spiele präsentiert bekommen. Und vor allem ein neues Spiel von Paradox selbst, vom Entwicklerstudio. Das heißt, ein neues Grand-Strategy-Spiel wird angekündigt. Seit Jahren hatten wir das nicht mehr. Oh Mann, also die Spannung steigt jetzt schon merklich. Und von Triumph Studios, das sind die, die Age of Wonders gemacht haben, auch da hören wir was Neues. Und sicher ein paar andere interessante Geschichten noch. Wie auch immer, der Livestream kann deshalb nicht stattfinden. Aber, um das Ganze nicht komplett ausfallen zu lassen, schon wieder, habe ich mir Folgendes überlegt. Wir werden einen Sonder-Livestream, einen Sonderherrenabend machen, am Dienstag nach der PDXCon. Hier am 22. Mai. Und zwar Thema wird dann auch die PDXCon sein. Das heißt, ich werde euch alles berichten, was ich sozusagen erfahren habe über die Tage. Und ihr könnt mir alle Fragen stellen, die euch einfallen zu diesen neuen Ankündigungen. Ich meinte, so Presseinfos und so, das werdet ihr dann auch mitbekommen. Aber vor Ort bekommt man dann immer noch ein bisschen mehr Atmosphäre, vielleicht auch ein paar Hintergrundinformationen noch mit. Und auf jeden Fall können wir dann gemeinsam uns freuen oder traurig sein. Je nachdem, was man sich erhofft hat, am 22. Mai. Das sind erstmal so die Programmankündigungen. Eine Sache will ich noch hinterher schieben. Ich habe noch zwei Altlasten, auf die vielleicht die eine oder andere warten. Und zwar einmal Forest Village. Da will ich unbedingt noch meinen Ort zu Ende bauen, so wie ich ihn geplant habe. Die Burg und ein bisschen die Stadt schöner machen. Da habe ich auch schon weitergebaut, aber da bin ich noch nicht zum Video gekommen. Die Burg ist also schon ganz schön gedient. Das wird kommen. Wann kann ich euch noch nicht sagen, aber ich habe es nicht vergessen. Das gleiche gilt für das dritte Video zu Kingdom Come. Mein Besuch in Tschechien. In Böhmen. Auch da will ich noch ein kleines Video machen. Nur ein paar Minuten, wo ich jetzt keine Videos, sondern Fotos gegenüber stelle. Ich war nämlich noch an anderen Orten vor Ort und habe fotografiert und will das auch noch mal mit Ingame-Videos gegenüberstellen. Ich war in Scarletze, in Uschütze, in Ledetschko und so weiter. Das habt ihr in den Videos alles noch gar nicht gesehen. Das wird auch noch kommen, aber auch da kann ich noch keinen Zeitpunkt nennen. Ich habe es aber nicht vergessen. Okay, Leute. Also, damit verabschiede ich mich erst mal. Kommentare werde ich möglicherweise sporadisch beantworten. Vielleicht auch gar nicht. Lesen tue ich sie in der Regel. Da, wo ich bin, habe ich zumindest Internet. Und los geht es dann wieder ganz regulär. Im Prinzip am 10. Mai. Bis dahin ein Notprogramm. Gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Und bis dann, euer Steinweilen.